Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube Channel und sorry für das Licht im Hintergrund, also geht im Moment nichts besseres, auch sorry für das nicht vorhandene Mikrofon und ihr seht sich schon ziemlich tot aus, weil die Fibro ist doch ziemlich anstrengend und natürlich bin ich immer noch etwas krank, also hier kommt die Fibro Teil 2, Impressionen, natürlich rennen wir da nicht rum zum speziellen Mikrofon und es ist super laut in der Halle, so verzeiht uns all das und bitte keine Kommentare wegen des Tons, weil da kann man wirklich nichts dran machen und jeder der in der Halle ist, der weiß genau was ich meine, also von einem wirklich fertigen Ben Wellen, der zeigt euch jetzt noch ein paar schöne neue Fibro Impressionen, ich hoffe es wird euch gefallen und da kommt dann noch ein Teil 3, ich bin heute nochmal auf der Fibro ab 16 Uhr am Fitburn Stand mit Mike Sommerfeld, also ich hoffe euch gefällt das Video, bis zum nächsten Mal, euer Ben Wellen, jetzt ist er endlich, der Mika, hab ich ihn getroffen auf der Fibro, nenn ich mal live, nenn ich mal live, wir haben ein Video zusammen gemacht, wir haben ein Podcast zusammen gemacht, war sehr, sehr gut, viel geschrieben und ja, freu mich sehr, dich, mich mal gesehen zu haben, in live, alles klar, gut. So, ich bin hier mit Meti, Mike, Baba, für die ganze Welt, Baba World, genau, ja, am Stand, und Meti ist ein richtig geiler Typ, wirklich, wie kann ich jetzt sagen, wir kennen uns ja vom letzten Jahr, von der Weltmeisterschaft und ja, wir hatten viel Spaß zu sagen. Okay, hier ist endlich der Charlie, endlich, endlich, mein Freund vom Facebook, Hallo, hallo, Charlie Trapp hier, und willkommen, Ben Wellen zur Fibro. Yeah, genau, genau. So, hier sind wir, wir kennen uns auch auf meiner Facebook-Nichter. So, hi, hier auf der Fibro, mit Fabian, sein Sohn ist Fabian, der ist leider nicht da, das ist der Stefan, der schreibt mir immer ganz nett auf YouTube, vielen Dank auf den Podcast. Ja, danke, danke, danke. Ja, so, hi, endlich, bin ich hier mit meiner heiße, die Frau, die alles weiß, alles über und ich hoffe, dass wir noch viele Podcasts zusammen machen. Ja, da rufe ich auch auf, auf jeden Fall, ne, also, Martina ist die Beste, gar kein Thema, Martina ist die Beste Frau, überhaupt, so ein bisschen, ein bisschen übertreibt, ja, ja, Ich bin natürlich nicht, dass ich heute mal gesehen habe, nein. Ich habe mich auch, welcome to Germany, vielen Dank, danke schön. So, jetzt kannst du mich nicht hören, so, auf der Fibro, mit zwei Bernina Jungs, die auch aber zum meinen YouTube-Tellen-Konferenz vielen Dank an. Hier bin ich auf der Fibro, mit dem kleinen Paul Buchsbaum. Das schwäbische Graue, natürlich der beste Porsche der Welt, ah, ja, in den死en vor 30 Jahren, ja, ja. Paul Buchsbaum, guckt, unter Videos, unter YouTube, All diese Bambuse! Beste der Welt! No way! How cool is that? That's perfect! The Bambuse! The Bambuse! I can't do it! Thank you, thank you! Thank you, thank you! I'm happy to have a football game to get to the game in Germany! Right, right! I'm happy to be here! Ich freu mich auch in Deutschland zu sein, ich hab keine Stimme mehr, alles weg schon, seit gestern. Und ja, ich lasse meine Fans und alle Freunde zu sein, jedenfalls freue mich sehr. Ich bin wir mit, ich bin wir mit. Und wie geht das bestimmt? Ich bin wir mit. Ich bin wir mit. So, jetzt hier, unser Olaf, endlich aus Deutschland. So, jetzt hier, unser Olaf, hat eine große Meisterschaft, für zwei Wochen Meisterschaft. Das ist BWB Kreismeisterschaftsheim. Super Olaf! Genau, anmelden, abschauen, hey! Guter Olaf! So, jetzt begin mit Mike's Wife. Und sie ist so schön. Sie ist eine fantastische Person. Sie ist so schön. Und sie ist so großartig. Und sie ist so großartig. Ja. Und sie ist so großartig. Und sie sind so großartig. Ja. Ja. Ich weiß, warum ich so großartig bin. Wir sind so großartig. Oh! Oh! Wow! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich weiß nicht, wie es funktioniert. 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 Das war's für heute. Alle die Arme hoch! Wir haben ein Zimmer, das sie noch gemacht haben! Ja! 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 Ja Das ist der erste Video-Check. Und da sind sehr die Besserung, das ist zu tun. Nein, danke. Herzlich willkommen in meinem Malengrかな, wenn ich mich nicht anders mache. Du bist wirklich nicht das, wie ich meine Mutter begrüßt. Er ist nicht mehr mit. Ich war nicht mehr mit. Das war nicht mehr mit. Ich war nicht mehr mit. Ich war nicht mehr mit. Ich war nicht mehr mit. Ja, ich war nicht mehr mit. Ich war nicht mehr mit. Ich war nicht mehr mit. So! Und so! Mega! Ich habe meine Videos gesucht, ich habe mich angekommen, eingefangen, ich bin hierakis, ok, ganz gut! ganz gut, ok! Und sonst los ist los! Oh Gott ist los, ich auch! Doch, weil ich heute ist hier Wir haben hier gewählt, das erste und zweite Platz gemacht. Zwei verschiedene Schnappen. Einmal die Kreis und ein paar Leichtunter. Ist dann gut, ey. Schau dich aber auch. Mein alter Freund. Sie kennen uns schon. 20 Jahre lang. 20 Jahre lang. Warst du noch auf Mallorca, ne? Mallorca, Las Vegas. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ende der 90er Jahre. Ja, ja, ja. Freut mich sehr. Schön. Das ist ja ein Oster. Das ist ja ein Oster. Das ist ja ein Oster. Ah, hier. Wow. Murphy ist distinguish ich einfach. Wir machen dasним. Ok, jetzt schön. Is das ein Interisasmusik. Sie Lyndon Frog. Das war's für heute. Hi! 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 Wie ist denn die Läder? Wo bin ich? Wie war es so gut mit Valer? Die Witzkampung auf den Weg die haben wir gar nicht. Ich habe den Weg, die ich nicht so gut habe. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Danke, danke. Auf die andere, hoch, 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 hoch. Spinein' on Sminein' on Sminein' on Jetzt, lass mich mal gut, bitte. Ja, das ist echt, man. So, was hier los ist? Was hier gut lautet, oder was? Besser als nicht. Dann bin ich einmal auch smile. Jawohl! Wie sagt die Profis los, oder, ja? Oh, was ist das Ding? Wie? Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Ich hallo! Ja, genau. Wohin gehts jetzt? Wir gehen eigentlich zu Jenny, aber an der Arbeit ist wieder nicht zu gut, wo siehst du. Wir finden die schon. Geh. 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 Danke dir! Noch mal danke! Danke dir! Immer gerne! Ich suche mal ein Like von mir! Ciao! Hallo! Hallo! Jenny komm raus! Versteck dich nicht! Hallo! Schuss! 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 Ja, was ist das denn? Ich kenne ja Dennis und so auch, das James. Ich bin ja auch ein Imbar, und so, Vor allen Leuten, die vor dem Verplatten gucken, und dann einmal vorgeschaut. Wo ich mir denke, ich hab jetzt was gar nicht erwartet, weil ich überhaupt weiß, außer wenn du einfach immer wieder mal so ein kleines Spotlight aufzunehmen. Also ich sitz so in meinem Türm, in meiner Tische, mache mein Ding, und wenn man einmal nicht einfach mal kurz so eine Tische macht, was da ist, das ist schon schön. Was ist? Wann auch immer? Wanns auch immer? Zwischen und 20 Jahre? Oder irgendwo? Du, was mal auch meine Frau hat eigentlich ganz toll. Heute sind wir reich, ich hab hier und ich gemacht, mit den Autos selber. Und heute, wir sind ganz speziell, und wir sind ganz speziell. Ja. 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 Ich kann euch zeigen, wie es ist. Wie ist es eigentlich? Es ist eher, ah, du weißt, es ist richtig, die Situation. Ja. Ja. Ich bin sehr lange, zu wissen, wie es ist. Ja. Ich weiß. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Ich weiß, wie es ist. was du willst. Ja. Ich weiß, was du willst. Ja. Du bist auch so ein bisschen. Ja. Aber du bist. Ich weiß, was du willst. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Ja, sehr gut. Ich weiß. Ich will ein Bild. Sie arbeitet so hard in Germany. 3 Stunden. Bild, bitte? Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es ist auch immer noch, so. For example, alle sagen, Das ist ein Schiff. Die sind schon so rich. Ja. Ja. Wie weit wir. Wir sind nicht so cool. Aber es ist so cool. Ja. Ja. Aber Trump ist nicht so cool. Power-up. Eine Power-up. Das ist so cool. So, ich habe zu machen. Es war's super. Es war's. Und hier was ich jetzt mit H2.1 gekostet. Ich bin auf einem langweilgelen styling. Und sie wurden ganz schön. Und ich bin jetzt. Vielleicht haben die H2. Oh, mein Gott. Also we're going to go to this point. Es ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen, die wir hier sehen, die wir hier sehen, die wir hier sehen. So, zweiter Tag FIBO, Ende. Wir drehen gerade den Abspann. Ben? Ben hat wieder keine Stimme mehr. Komplett weg. Also war es ein erfolgreicher Tag. Sozusagen. Oh mein Gott. Ich bin morgen noch und dann kann ich für drei Tage nicht mehr reden. Bin ich davon überzeugt. Wenn du zurück bist in Mexiko, liegst du erstmal flach. So, und morgen heißt es wieder. Hello, hello, hello. Ben Wallen hier. Auf der FIBO. Und dritter Tag und letzte Tag. Dannっぱ ich meinen Englisch. Ich bin eigentlichやー die Truck nicht mehr.